Etwas aus dem Konzept gebracht, fuhr Kluftinger fort. Es ist jedenfalls so, dass viele Morde von Hausärzten unentdeckt bleiben. Von Hausärzten? fragte Strobel nach. Ja, das habt ihr nicht gewusst, gell? Ja, das ist ja auch kein Wunder. Die haben ja eine medizinische Ausbildung. Da kann man leicht was vertuschen. Na, das vertuschen die ja gar nicht aktiv. Das kriegt man nur eben gar nicht mit. Nein, Kluftinger blickte in Fragen die Gesichter. Er versuchte, sich an die Ausführungen von Böhm zu erinnern. Über 1000 Morde sind es. Also 1000 mehr, als es sonst wären halt. In ein langes Schweigen hinein fragte Strobel. Ohne Ärzte gäbe es weniger Morde? Meier schob nach. Willst du uns jetzt sagen, dass lauter mordende Serienkiller-Hausärzte da draußen unterwegs sind? Was? Na, ich mein nicht Morde von Ärzten. Die entdecken bloß die Morde nicht. Herr Gott, jetzt seid doch nicht so schwer vom Begriff. Die Hausärzte finden bei der Leichenschau halt nicht die Hinweise auf ein Verbrechen, weil sie gar nicht danach suchen oder nicht ausgebildet sind dafür. Nun hältten sich die Minen seiner Kollegen deutlich auf. Jetzt wird's Tag, sagte Strobel und die anderen nickten. Und außerdem wären eh bloß zwei Prozent... Kluftinger dachte nach. Er wusste nicht mehr genau, was Böhm ihm mitgeteilt hatte. Also, im Vergleich zu Österreich zumindest. Die obduzieren viel mehr. Zwanz Prozent. Von was? Kluftinger lief rot an. Ja, von hundert, Herr Gott. Ja, bin ich beim Verhör, oder was? Jedenfalls haben wir in Deutschland anscheinend ein Problem mit der Leichenschau. Ja, darüber habe ich auch schon was gelesen. Ja, ja, sicher hast du das, erwiderte Strobel mit übertriebenem Nicken. Wahrscheinlich hast du sogar selber geschrieben.